Hey Leute, wie ist es? Heute gibt es wieder eine neue Frau und Männerfahrt mit den meisten Korallen. Diese Frau habe ich sehr gut genannt. Ich fände die Frauen wirklich sehr lieb. Ich habe die ganze Zeit mit den Männern gemacht. Und ich habe die rechte Korallen. Die Nacken und die Nacken gekoppelt. Und die Speckowalde. Deshalb habe ich auch gerne an die Strecke gehengenommen. Und dann wird jetzt der Kloppen. Der Kloppen wird aufgehauen. Und ja. Also meine Speckowalde habe ich erstmal geklont. Dann habe ich die erstmal auf den Elixierkolum gegangen. Der hat dann fast meinen Turm geholt, aber das sei extra. Dann habe ich ihm ein Elixierkolum gegeben. Halt für Elixier. Damit er Elixier kriegen kann. Dann ist erstmal nichts anderes passiert. Ich habe den Turm geholt. Dann bin ich langsam und aufgebaut. Dann hat er meinen Turm geholt. Dann war das rechte 4. Dann dachte ich, wir hätten verloren. Aber dann haben sie sie noch geschafft. Dann habe ich die geklont. Dann hat er die nochmal weggemacht. Hier wurde es dann spannender. Dann habe ich hier im Moment nichts geklont. Dann habe ich hier die Korrethütten und alles gespandt. Ich habe es mal geklont. Dann ist immer mehr. Dann habe ich alles gespandt. Dann habe ich alle Kobolde einfach nur eingespandt. Und am Ende dieser Klon und dann lachen sie so viele Kobolde. Und das war dann die neue Mini-Fallung. H-Hausforderung von jemandem. einem zu.